Yo Leute was geht und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Video und heute haben wir ein Intro Battle für euch. Ihr habt die Auswahl zwischen zwei Intros. Wie gesagt ihr habt die Auswahl zwischen zwei Intros. Das eine Intro benutzen wir ja schon immer, das andere Wort ist gerade als zugesendet. Und ich bin auch noch ein bisschen krank und deswegen kam auch kein größeres Video Kurs oder so. Ich war auch nicht in der Schule, aber ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschau.